Puh! 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 Bitte, jetztbeschwingt! Wussten Sie das, dass Elementarpädagoginnen einige Sprachen können sollten? Keine Basteltanten sind. Die Entwicklung des Kindes nie aus den Augen verlieren, auf die Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen sind. Individuelle Persönlichkeitsentwicklung ermöglichte, ihre Bildungsarbeit und die Entwicklung des Kindes schriftlich dokumentieren müssen. 23 Kinder auf einmal im Blick haben und die Engagement machen in die Strukturqualität ausgleichen. Einmal übersetzen dieses nachvollen Nachdenken. Eine hohe Lärm-Toleranz brauchen, den Kind Raum geben, sich zu entfalten. Eine Geduldschaft, so dick wie einen Baumstamm brauchen. Ihren Kindern einen schönen Tag ermöglichen, auch wenn es ihnen selbst nicht gut geht. Für 23 Kinderaffen. Alle Bedürfnisse der Kinder erkennen und darauf reagieren können. 75 Mal im Jahr einen gleichzeitigen Beobachtungsprozess über Kinder ausbilden müssen.